so schön tot kommt noch irgendjemand immer mit der ruhe sind doch schon tot die kann auch warten ok für nächstes da ist noch einer tod bewusstlos ich werde nicht überdrehen überdenken ich werde jetzt hier rüber gehen schlichte einfache spiel spielen ach laden nächster kontrollpunkt wahrscheinlich start mach das mal ich esse zwischendurch noch ein bisschen schokolade hier gibt es nur eine brücke also muss man ja hier rüber gut macht mal die droge gehen da schnell platz zu machen die quatschen ja ganz schön viel im schiff aber die droge gehen da schnell platz zu machen die quatschen ja ganz schön viel im spielen deswegen bin ich hier ruhig finden sie den fabrikcomputer gut dann finden wir den sheet raus und öffne die tür damit wir weiter können das ging aber schnell die anderen sollen mal kämpfen und ich mach mal das mit den türen ich dachte ehrlich gesagt dass die nicht sterben können ich werde mich nicht erwischen ich werde mich nicht erwischen ok glaube ich auch team nicht verfügbar spiel laden ich guck mal ob der letzte speicherpunkt jetzt hier auch drin ist oder ich dann alles wieder neu machen muss die zerstörung der fabrik start wir gehen aber mal weiter und wir müssen das wieder neu beginnen als zumindest muss ich ja nicht komplett alles neu machen okay dann mach mal nachher jetzt kommen wir gleich wieder die großen droger hier da sind ein paar gänge sind wahrscheinlich auf so einem Raumschiff hier ich mache jetzt weiter der tonator ist scharf gesichert okay die konsole ist ja auch noch mal dran dann kann ich dann muss ich dich mal heilen hier Sag mal. Das mache ich doch. Mir sind immer welche, die... Oh Gott, der ist ja schon tot und kann immer noch kämpfen, ey. Wir haben alle Daten analysiert. Es gibt zwei für den Betrieb der Fabrik kritische Ziele. Die erste Leitung befindet sich vor dem Kontrollraum, in dem Sie sich aufreifen. Die zweite Leitung ist am Ende des Fließbands auf der Fertigungsebene. Sie müssen bei uns zerstören, die Energiezufüge der Fabrik zu unterbrechen. Einwandszielanzeige wird aktualisiert. Kontrollpunkt gespeichert. Das ist schon mal ganz gut. Danke für die Unterstützung, Delta. 07 ist einsatzbereit. Gehe in Deckung. Ach, du Scheiße. Schon wieder. Das ist die erste Stromleitung. Wir müssen weiter runter. Zerstören die Stromleitungen. Wir müssen aber erst mal an diesem Brocker vorbei. Und der ist ja nicht gerade ohne. Und ich brauche Munition, weil ich kann bald nicht mehr schießen. Ich bin ja bald platt. So, ich werde erst mal nach der Munition schauen, weil ich brauche welche. Komm, lass mich mal. Ich schaue mir nicht zu. Dankeschön. Hammer das auch schon mal. Ich habe in der Munition, das ist ganz praktisch. Hält aber nicht in ewig. Naja, Simulator. Simulator. Da kommt man nicht durch. Wo geht hier lang? Auf jeden Fall nach unten. Ach, die Stromleitung. Genau. Das ist die zweite Stromleitung. Kommt man dann irgendwo da runter? Ah, genau. Das ist ja nicht das Spektakel. Aber es ist eigentlich nur ein reines Ballerspiel. Ohne Logik. Aber dazu brauchen wir noch nicht mal Verstand. Eigentlich das beste Spiel für mich. Dann geht es doch los, ich mach es doch nach. Ja. Vielen Dank.